. 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 Aber Mr. President ist falsch, nicht wahr? Das ist das. Ich schaffe mich nicht auf den Mikrofon, nicht wahr? Fuss auf Mr. President. Und Bill war beleidigt. Brief der FBI, Chef der Kabo. Sie sagte, yes, Sir, Mr. President. Ich habe mich nicht mehr als Präsident. Ich sage, beleidigt, ich will wissen, wer das war, okay? Kannst du diesen Mann findest? Yes, Sir, wir checken so fort, die DNA aus von dieser Urin, Sir, wir haben ihn so fort, ne? Er haut ab, ne? Vier Stunden später, kommst du zurück. Roten Gesicht, bist du präsent? Ich habe schlechte Nachrichten. Und auch sehr schlechte Nachrichten, Sir. Was sind die Geschlechte? Sir, diese Urin stemmt von Al Gore, der Weizepräsident. Aha. Und es ist sehr schlechte. Sir, der Einschrift ist von Hillary. Aha. Aha. Ja. Aha. 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 こう ... found ... Musik Musik Bye bye baby, I'll see you again I'll be home, I'll be back But I don't know when I'm in trouble I got a word in mind Cabo set a smile baby But I just can't keep on crying Well I woke up this bone Bow to the ring I went downstairs here I'm in trouble I got a word in mind I just can't keep on crying